Hallo und herzlich willkommen zu meinen Building Shorts. Heute will ich euch zeigen, wie ihr eine RE-Batterie baut. Das Ganze funktioniert folgendermaßen. Ihr nehmt Zinnbahnen und legt sie mit einem Schmiedehammer zusammen. Dadurch bekommt ihr diese Zinnplatten. Als nächstes nehmt ihr die Zinnplatten wieder in euer Crafting und nehmt einen Seitenschneider und ihr bekommt Zinnkabel. Das habe ich jetzt schon mal vorbereitet. Wenn ihr diese Zinnkabel dann wieder hier reinlegt und Gummi dazu legt, bekommt ihr isolierte Zinnkabel. Die brauchen wir. Als nächstes kommen die Zinnplatten hier rein und wir brauchen nochmal den Schmiedehammer. Und ihr seht, wir bekommen dafür Zinn-Item-Hüllen. So, diese Zinn-Item-Hüllen, die legen wir jetzt mal hier so an die Seiten. In die Mitte legen wir Redstone und nach oben legen wir die isolierten Zinnkabel und ihr seht, wir bekommen hier RE-Batterien heraus. So sieht das Ganze aus, so wird es gecraftet und das ist auch schon das Ganze, wie es funktioniert. Die Batterien werden zum Beispiel für den Bau von verschiedenen Maschinen gebraucht, wie zum Beispiel Generatoren und so. Und ja, das war's auch schon. Bis dann!